Ja bitte? Hi, Steve! Thomas hier von Lulu & Leon Family & Fun. Hey Thomas! Du, wir haben hier gerade zusammengesessen mit Lulu & Leon und haben so ein bisschen überlegt, was wir als nächstes für Videos machen können. Hat Lulu gesagt, die würde gerne so eine What's in the Box Challenge machen. Da hat sie jetzt ein paar von gesehen. Da hatten wir nämlich die Idee, ob wir das als Challenge machen. Und quasi unser Kanal, Lulu & Leon gegen euch. Ja, klingt gut. Also ich würde von meiner Seite jetzt erstmal auf jeden Fall Ja sagen. Ich bespreche das nochmal mit Anja und Alina. Und dann würde ich mich nochmal bei dir melden. Lulu, Leon, könnt ihr mal kommen gerade? Ich habe gerade mit Steve gesprochen, der Papa von Alina. Die haben da richtig Bock drauf, also dass wir die Challenge gegen die machen. Ladies and Gentlemen, Boys and Girls, Children and Angels. Es ist soweit. Herzlich willkommen bei einem neuen Video von Lulu & Leon Family & Fun. Hallo! So, und ihr seht es schon. Wir haben es euch ja angekündigt. Wir machen die What's in the Box Challenge. What's in the Box? What's in the Box? Wie das Ganze funktioniert. Lulu und Leon werden gleich abwechselnd ihre Arme hier durchstecken. Und dann ertasten und raten, was denn da wohl drin ist. Und ihr habt es ja eben schon mitgekriegt, beziehungsweise beim letzten Video. Diese Challenge machen wir gegen Alina von Alina spielt. Ich weiß nicht, wer da noch mitmacht, ob der Papa oder die Mama mitmachen. Das sehen wir dann. Bei uns auf jeden Fall Lulu und Leon. Und wir hoffen natürlich, dass Lulu und Leon das auch richtig erraten. Und dann, das war gegen Alina spielt Gewinn. Aber das sehen wir gleich erst. Auf jeden Fall geht es jetzt los. Der will anfangen von euch beiden. Ene mene muh und raus bist du. Dann darf Leon heute mal anfangen. Jeder kriegt auf jeden Fall zwei Sachen zum Erraten. Und ich glaube, das ist ganz schön schwer. Wir gucken mal. Jetzt geht es auf jeden Fall los. Viel Spaß. So, jetzt geht es los. Ihr dürft es natürlich wissen. Das ist das Erste. Ein kleiner Fisch. Kieler Sprotten normalerweise. Aber es reicht, wenn Leon Fisch errägt. Ich bin gespannt. So, liebe Leute. Es geht los. Hä? Was fühlst du? Erzähl mal einfach was. Wie fühlt sich das an? Wie ein Hähnchen. Wie Fleisch. Wie Fleisch. Okay. Taste mal ganz langsam alles ab. Genau. Von vorne bis hinten. Hä? 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 Nicht gucken, nicht gucken. Das ist ein Teller. Ja, den Teller, den musst du nicht erraten. Das, was da drauf ist auf dem Teller. Hä? Überleg mal, was das sein könnte. Was fühlst du? Es ist weich. Es ist weich. Okay. Eine Wurst. Eine Wurst? Legst du dich fest auf eine Wurst oder willst du nochmal vielleicht kommen? Eine Wurst. Du sagst eine Wurst? Dann. Ich nehme meine Hände raus. Es war ein Fisch. Ein echter. Ein echter Fisch. Eine Kieler Sprotte. Eine Kieler Sprotte. Die ist so süß auch. Leider, leider, leider nicht erraten. Oh, jetzt wird natürlich gespannt, ob Alina das errät. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Leider noch kein Punkt, aber es geht ja weiter. Jetzt ist Lulu dran. Und weiter geht's. Jetzt ist Lulu dran. Den machen wir natürlich auch. Mal gucken, ob sie es erkennt. Und falls ihr euch wundert, dieses, das zeige ich euch mal gerade, das Display ist aus. Also da können sie nicht durchgucken. Aber wir wollen ja, dass ihr das cool seht, wie sie jetzt Matschi Matschi machen. Viel Spaß, Lulu. Und erzähl einfach, was du fühlst. Ganz richtig mal. Mach mal richtig. Oh, und was ist das? Was fühlst du? Schleim. Schleim? Hm. Kleber. Kleber. Ja, fühl mal so rundherum auch. Du kommst mit den Armen nicht richtig dran. Das merke ich schon. Das ist ein bisschen schwierig. Ähm. Was fühlst du? Ein, äh, rundes Zehen. Ja, und jetzt fasst du ja rein. Wenn du jetzt außenrum so ein bisschen fasst. Was ist da? Ein Becher. Ein Becher. Sehr gut. Was könnte da drin sein? Glibbyschleim. Glibbyschleim könnte man machen, ja. Das könnte man denn vielleicht in dem Becher machen, was man vielleicht auch essen kann oder so. Wasser. Fühlt sich das an wie Wasser? Nein. 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 Was isst du denn nach dem Essen oft? Nein. Das ist also Joghurt. Das macht du. Ja. Yay. Ein Punkt für uns alle. Weil es spielen ja nicht Lulu gegen Leon, sondern Lulu und Leon gegen Alina. Und den Joghurtbecher. Ein Punkt haben wir. Ja. Warte, das putzen wir jetzt weg. Oh. Ich wusste schon, dass das Joghurt ist, aber ich wollte es nicht sagen. Ach so. Liebe Leute, Leon ist wieder dran. Drei hohe Eier. Das ist ganz schön schwer, glaube ich. Bop, 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 bop. Da wollen sie Linsen, das gibt's hier nicht, ne? Nummer drei. Auf geht's. Dreh, umdrehen. Warte. Dreh, Papa. Ja. Jetzt darfst du. Und Nummer drei. Wir drehen und es schaffen. Hä? Erzähl ruhig. Einfach erzählen, was du fühlst und wie sich das anfühlt. Ähm, wie Joghurt? Ja, vielleicht, aber Joghurt ist es nicht. Den hatten wir ja eben. Was fühlst du? Fühlst du unterschiedliche Sachen? Oh. Schleim? Nein. Es ist sehr schleimig, ja. Ja, aber wir können dir auch ein bisschen helfen. Es ist was zu essen. Oh. Was ist? Was zu essen. Jetzt, guck mal, jetzt hast du ja gemerkt. Hast du was zerdrückt, ne? Ja. Was könnte das sein? Also, essbare Luftballons nicht. Nein, aber es fühlt sich ja so ein bisschen anders. Das isst du, glaube ich, sehr, sehr gerne morgen. Auf jeden Fall. Was denn? Ein Teller? Nee. Das machst du mir auch sehr gerne morgens. Rührei? Ja, aber fühlt sich das an wie Rührei? Nein. Wie fühlt sich das denn an wie? Toast. Nein! Rührei wird es ja erst, wenn man es in der Pfanne macht, ne? Rührei-Massel. Was? Rührei-Massel. Rührei-Massel. Ja, und das ist ein, wenn man jetzt ein Ei nimmt und dann? Eier. Genau. Rohre? Eier. Ich denke, das können wir zählen, oder? Mal gucken, wie streng wir sind. Aber ich würde sagen, das können wir zählen. Leon hat auch einen Punkt geholt, oder? Ja! Zwei Punkte, warte. Ich dreh um, dass du es einmal siehst. Oh. Ja, so schön. Nummer vier. Für Julu. Ich bin sehr gespannt. Fühl vorsichtig. Ganz vorsichtig sein. Oh, nicht dran. Ein Igel. Das Pieksiges. Ja, das war schon mal. Das Pieksiges. Das Pieksiges. Jetzt fass mal drumrum. Fühlst du Beine oder so? Ja. Was? Ehrlich? Wo fühlst du denn Beine? Beine können es nicht sein. Aber fühl mal so ein bisschen drumrum. Oben hat es gepiekst. Das hast du schon gemerkt. Eine Schale. Eine Schale. Ist ein Igel in einer Schale? Nein. Was könnte denn wohl in einer Schale stehen, was piekst? Ein Kaktus. Ja! Klasse! Nehmen wir um. Das ging aber zügig. Ja, ein Kaktus. Klasse! Zeig her. Hat wie getan? Ach, zeig mal her. Alles gut. Alles gut. Ein Kaktus. So, das können wir auf jeden Fall zählen. Leon, komm mal hier schnell rum. Also, ich bin sehr gespannt, wie Alina das Ganze macht. Was sie erregt. Nein! Alina spielt. Jetzt seid ihr dran. Wir sind gespannt, wie viele Punkte ihr holt. Ich möchte noch mehr. Du möchtest noch mehr? Wir können ja gleich noch ein bisschen so. Wo war ich denn jetzt? Wir wollten noch Tschüss sagen, ne? Du brauchst Wasser. Nein, Leon. Das hilft ihm nicht mehr. Leon, ich glaube, der wird nicht mehr schwimmen, dieser Fisch. Wir sind extrem gespannt. Und ihr alle, ihr müsst jetzt ganz schnell zu Alina spielt gehen und euch die Challenge von denen angucken. Und dann schreibt uns in die Kommentare, wer denn gewonnen hat. Wir oder Alina spielt. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Macht's gut. Tschüss. Tschüss. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt uns doch einen Daumen. Daumen. Und vergesst nicht. Dann kann man uns da abonnieren. Hier unten auf den Backen. Wenn ihr mehr Videos von uns sehen wollt, dann klickt auf alle Seiten. Tschüss. Tschüss. Tschüss.